Handwerk, Lagerfeuer, Herstellen. Hey, bist du das da vorne? Ich bin der Einzige hier, denke ich schon, ja. Okay. Ach, da haben wir uns gefunden. So, hinstellen. Ich mach mal den Fleisch klauen. Äh, Fleisch. Ach, fertig. Gott sei Dank. Stick. Essen. Butz. Schon gleich viel besser. So, ein nächstes Bambi. Na toll, das ist kaputt. Das hast du schon geschnetzelt. Hä, bist du wieder die Straße zurückgelaufen sozusagen, oder was? Nee, hier. Na toll, ich krieg noch hier sehen. Ich bin noch ein Stück weiter nach links gelaufen. Hier ist noch ein Werk lang. Hier ist eine Wüste. Hä? Hier bei mir, bei dem Feuer in der Nähe. Ja, wo bist du denn? Ich hab dich, glaube ich, noch nicht einmal gesehen. Ja, ich bin dann hier vorbeigerannt. Ja, als du eben bei mir Wasser war, stand ich zufälligerweise am Feuer. Ja. Noch ein Bambi. Ich hab ein Bambi gefunden. Und lang lang. Ich stehe auch am Feuer. Schnitzeln. Aua. Das hat mich umgerannt. Tiersehne, Leder. Wow. Also kein Fleisch. Das hat bestimmt so eine Fleisch-Drop-Rate von 0,005. Ach, nö, das geht. Okay, da vorne hoppelt ein Hase. Den, den nehme ich. Ja, den kriegst du leider nicht. Was, wie soll ich denn, wie soll ich denn überleben? Das geht, das geht. Wir kommen zur Straße. Ich bin zur Straße, ich sehe dich. Da hinten. Ja, okay, ja, also. Hier gibt's Viecher. Da hinten ist ein Bambi. Hau es kaputt. Na? Jawoll. Da unten ist noch eine Werkbank. Coole Sache. Ja, das ist ziemlich lustig. Ey, nicht mich. Autsch. Ich hab das Vieh geschlagen. Das war ziemlich hartes Bein scheinbar. So einmal davon weggeprallt. Oh, gerade. Na ja, das war noch mal da. Du bist nackig. Der tut doch auch. Was? Oh. Äh, das kannst du ja nicht machen. Da ist n Bambi. Bambi, 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 Bambadum, Bambu. BAM! Alter, die Bambi sind voll aggressiv. Kann das? Ja. Voll der kranke Scheiß. Jetzt hab ich noch n Bambi getötet und es kam nix aus dem Bambi raus. So fleischmäßig. leute 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 ist das denn hier hier ist ein roter stein mit schwarzen punkten ja hast du mal her ja ich kann noch mal zurück und hier sind pflanzen kommen die essen ja das ist nämlich so ist denn unser lager wo bist du denn bist du noch mal an der straße rechts 90 grad dahin steht er und hat noch ein lagerfeuer natürlich nicht reicht das ist ein fleisch drin als sobald ich bevor es verkugelt das verkugelt nicht das verkugelt doch als nahe kugelt jetzt ist mir heißt alter der typ kann sich auch nicht mal entscheiden hast du denn vorher ausgehört den tag ausgenommen ja so patata jetzt bräuchte ich natürlich weil ich so toll bin mal gucken an dieser werkbank steinspitzhacke ja die mache ich unzureichende ressourcen ach ich muss das da unten reinlegen oder was ja bis oh meine ups toll, hat er sie geklaut ach so ja warte muss ich das so reinlegen oder was ja genau so und so und dann herstellen ich bin der gott ich bin der gott jetzt ist das meine abo nee, das ist auch meine so und jetzt kann ich damit kaputt machen das hier das ist bestimmt Eisen da hab ich aber lang dran rum oh, Eisenerz joo nein nein, raus nicht doch hier meine gerade so ein komisches Bambi da hey, hinter dir hinter dir oh, Gottes Willen oh voll das aggressive Vieh, alter oh, ja, die sind nichts ich dachte gerade, was ist denn da hinter mir und da hat sie mich einfach schon in den Popo gepiext das verstehe ich jetzt nicht, wie ich jetzt so aggressiv sein kann ich bin doch auch nicht aggressiv gegenüber denen okay, ich mach' ich tot hack 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 aua mhm, warte mal ah, da unten ist das, was man braucht soweit ich weiß ich bin ein Erdmännchen die roten mit den schwarzen Punkten das sind, das sind Kohle, äh, also, ja, Kohlevorkommen okay, aber die kann ich sicherlich auch schon mit der Spitzsacke abbauen, oder? ja, 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 kannst du dann habe ich da hinten nämlich schon das nächste Kohlevorkommen ich meine natürlich das Zehnte, haha, weil meine ausgräberischen Fälligkeiten so unglaublich groß sind das Zehnte das Zehnte, ja so ich weiß, das ist für dich unbelievable aber für mich ist das einfach mein tägliches Brot, weißt du ah, verstehe Cola zwei, zwei Stück, wisst ihr ich hab's einfach drauf ah, siehste, ich hab dafür zwei Eisen gefunden, ha wie das zählt nicht, das Spiel, das bevorzugt andere Leute ja, und wenn das so helle, äh, Lücke siehst, die, äh, die brauchen wir auch Lehm, brauchst du dann ach so, bestimmt die Dinger hier, so, so Kupstbrocken ja, so, so, Lehm, Brocken halt ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt Kalkstein und Lehm ja, genau den brauchen wir, ganz wichtig okay, da liegt jetzt so ein großer Stein rum aber ich glaub, den krieg ich noch nicht kaputt ich glaub, dafür brauch ich ne Eisenspitzhacke oh, Kittchen, äh, Kittchen, Alter ich bin schon so CSGO geschädigt und Reekits oh Gott, gleich zwei, ich glaub, die bringen mich auf oh, 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 oh versuch den Kopf zu treffen wild gewordene, okay, ich hab sie ich versuch doch nicht den Kopf zu treffen, also bitte nein, versuch den Kopf zu treffen das sind wild gewordene Rehviecher Elu ja, dann erst recht wo bist du? oh, was kann man denn hier schönes bauen schön, dass man oben rechts so ein Bild auch so schön sieht, welchen äh, welchen Monat wir jetzt haben so, Materialien schwaches Seils oh, stellen wir mal ein paar her ja, okay da im Feuer oh, toll, gut gemacht oh, ich hab noch ein gebratenes Ding, ich hab aber keinen Hunger mehr, ne jo, nix ich wollte ja nur sagen, nicht, dass es dann später heißt du hast mein Steak geklaut du ganz allein hast du noch Leder hast du noch Leder? weil wir so unglaublich sind die Viecher sehen so unglaublich schuld los, hallo kannst du mal aufhören einfach so weg zu klatschen okay okay, vier Leder okay, dann brauchen wir trotzdem noch eins ja weißt du, wir rennen hier einfach rum und, und, oder, beziehungsweise wollen gar nichts von den Viechern auf einmal, äh, rennen die uns hier über den Haufen auch sehr, sehr lustig ich hab zwei Leder oh baue mir nen Rucksack, Murdi make you jizz das ist aber ein schöner Name ich könnte mir keinen schöneren Namen vorstellen ah, da kommt einer da kommt einer da wie kann man reden oh, gute Frage hello oh, du hast es rausgefunden ah, hier genau, red einfach mit dem Alter, der haut auf mich ein ja, da haut der Simon mir einfach mal mit seiner Axt in die Fresse nur wie das Ganze weitergeht das kann ich euch jetzt leider noch nicht sagen dazu müsst ihr morgen wieder einschalten zur nächsten Folge Hurt World ich würd mich freuen, wenn ihr einen Kommentar oder eine Bewertung dalasst und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag auf Wiedersehen und bis morgen Musik 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 Musik